Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zocken wir um sie zwei wieder, fahren heute wieder mit 115 VDL. Was denn da passiert? Diga, warum kommen so viele auf einmal? Heute fahren wir mit VDL. Ja, wollen wir auch starten mal, ne? Fahrplan habe ich auch nicht ausgewählt, wie immer. Geil. 1,2,3,4,5,5,5,6,5,6,5,6,7,2,0,0. 115 ok warte man sieht zwar gar nichts aber man wartet zurück 20h13 warte ja schön was zu vorne mal gehen so mit original ansagen natürlich aber dings fehlt hier ich habe corona ansagen vergessen egal besser das war nichts mal gucken wie das allerdings ich sehe gerade jetzt steht u-bahnhof fair berliner platz ich weiß nicht ob ich das zu downloaden zur Verfügung stellen sollte glaube ich aber nicht lohnt sich nicht oder oder auf discord weiß ich nicht ob ich dir jetzt hier so weiter oder du klein fängt schon gut an profi am werk natürlich oder 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 Ich weiß es nicht, wer ist eigentlich so weit weg, nehm ich überholen. Eine Station hält der an, die Fahne vielleicht weiter. Aber sehr viel steigen einfach bei uns ein, das wäre keine Ahnung. Neu ist er da nicht. Ich habe kaum noch gesteckt. Egal, es ist sogar besser, wenn ihr hier mitnehmen. Da muss man die uns machen. Woher heckt das? Er hat sogar Doppeldecker. Die Station schon mal mehr auf jeden Fall. Oder? Steht da einer? Ja, wa? Da sitzen zwei, ja, verpasst euch. Na toll, Junge. Fahr doch mit dem anderen. Was wollen wir können, Junge? Steig ein, ja. Ich will den überhaupt holen. Das ist da vorne. Sonst ist es immer leer. Ich will das mal wieder. Salzbrunner Straße. Guck mal hier schon wieder. Aus dem Nix. Was? Da steigt ein. Das bekomme ich noch. Vorne, der wird so viel mal anhalten. Ich weiß jetzt schon. Der hält da vorne an. Ich weiß nicht, was ich schon mal an. Forkenbeckstraße. Fahr doch, du Nuttensohn. Hey, ich bin stehen geblieben, ich hab's doch was wieder stehen geblieben ist, wie die Neuzeiten hat und so. Ah, geil, 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 aber ich checke, warum wird Russland angezeigt, wo gewohnt das war. Ich denke, ich bin lieber in der Karte. Ich bin lieber in der Karte. Ich bin lieber in der Karte. Der ist schon weit weg, aber der ist aus dem Weg. Elsterplatz Es ist leer, aber. Ja. Oh ja. Roseneck, Hohenzollern-Damm. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ein Abzug im Meer liegt. Äh, nicht wahr? Ja, ich hab noch nicht mehr. Und ich hab noch nicht mehr. Der war ein Abzug. Der war ein Abzug im Roll. Aber wir haben sich ja jeden Fall noch nicht mehr zu dem Plan. Immer zu den Stauern, oder? Das ist schwer. Messelstraße. Da geh mal den Bus besuchen, richtig rausgehen. Geil, die mal hinterher fahren. Dann nimmt der jeden mit. Ich war arsch. Geil, die mal hinterher fahren. Ich hab euch doch gedacht. Ich überhole den immer da. Wenn ich den jetzt nicht so eine Idee überhole, schnell nicht. Ich weiß, wie schnell man denkt. Pücklerstraße. Geil. Geil. Die Mühe wird nach dem dem Auto kommen. Die Mühe wird dann verlassen. Jetzt habe ich die Mühe. ja ja wie kommen wir da ja noch Das ist sehr schön. Das ist schon ein guter Beteilig. Es ist so cool. Das ist so schön. Einmal ist das so schön. ich weiß nicht, wie ich denke ich bin. Ich habe mich vergessen das ich glaube ich Königin-Luise-Strasse, Clay Allee. Koppel-Gah. Koppel. Alliiertenmuseum Alliiertenmuseum Bananas Es sind sogar Prennchen Ich steig nicht Ich steig nicht Ich steig nicht Junge, die reden immer noch nicht bei mir Ich check nicht warum Mal gehen Hüttenweg Diese Station Ja, diese Station muss leer sein Ich schrumpiere Jetzt ist es breit Ich schrumpiere Jetzt ist es breit Ich schrumpiere 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 Oha Ja Wir lassen Komm Wir gucken uns die Arme 3 minuten 4 minuten 9 minuten Ja ok Warum Ich schrumpiere Ich habe schwer Nein Ich schrumpiere Dramat Ich schrumpiere Ich glaube, wenn der grün geht, geht der in den Raum. Wir sind eh erst, und der kommt eh nicht an. Aber doch, jetzt wird der mich überholt. Aus dem Mix kam er von der Seite. Clay Allee 229. Dann habe ich aber schwer, den zu überholen, weil alles war Dings halt. Hier, da vorne, nach Zylindorf, ist echt, diese Straßen sind ja so Dings. Leichhardtstraße. Ha, geil, alles leer. Guck mal, guck mal, hört euch jetzt an. Ich habe so reingeschissen halt hier. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt, alb! Nee, 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 nee. Ja, nee, nee, nee. Damit ist das. Ja, für die Leute. Scharfe Straße Die Levent? Ja, das ist Mannfried. Ist Mannfried drin dabei? Mannfried ist heute nicht dabei. Ah, scheiße. Mannfried ist heute nicht dabei. Mannfried ist heute nicht dabei. Zählendorf Eiche Zählendorf Eiche Zählendorf Eiche Zählendorf Eiche Zählendorf Eiche Ohoaa Wir haben alle Bus leer Guck mal wie leer ist dasierte Wie wäre diese Stopp ist S-Bahnhof Zehendorf Machnower Straße, Berlepstraße S-Bahnhof Zehendorf S-Bahnhof Zehendorf Egal, wir nehmen die Zeit einfach mit Wir warten, nicht Worauf solle ich dir hier warten, der Beschäftige? Es ist gerade maulich…… Ist die Behinderte einsteigend, es ist schon Zeit Kamphausenstraße Rathke Strasse 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 Rathke Strasse